Ja, ich bin dabei, ich bin hier. Ja, Leute, was geht's? Hallo, Ratu von Starbound. Ja, und heute geht's euch wieder mit dem Dermann. Hallo. Also, jetzt leben wir wieder. Scheiße, ich bin falsch. Ja, ich bin das Fahrrad. Ich bin ein Starbound. Wir sehen uns gleich wieder und dann ist es jetzt in den neuen Park gekommen. Es ist so leid, es gab keine Probleme. Ich musste so aufhören. Und ja, halt. Egal, ich wollte jetzt weitermachen. Ne, ich will das aufführen, ne? Ein Verbetter. Puh, mal Jokas. Was hat das letzte Mal gefehlt? Stein, glaub ich, oder? Ja, Stein. Nein, nein, ich kann nicht. Guck mal, der hat man was vom Anfang schon bekommen auf der Kiste. Ne? Was? Geiler Schwer. Junge, helf bitte bitte an deinen... Geil, ne? Ich kann nicht bitte an deinen Markzett spielen wegen einer geilen Waffen. Die hast bestimmt geil aufgeteilt, ne? So bei deinen Markzett. Junge, du hast du dein... Was? GTA? Ja, du hast... Ich weiß, du... Leventest deinen Charakter. Ich hab... Du musst euch sehen wie dein Star Wars. Ist doch scheißegal, aber... Der macht mir gerade in der GTA-Fan. Ich hab keinen Bock, ich bin lieber so weiter. Ich hab... Und ich kann so kein Bier trinken oder Streep-Club gehen mit ihm mal. Ist doch eigentlich... Gut, ich muss mich schon mal im Streep-Club ähm... Kennzeichen, damit ich... Einen Streep-Club hab ich gar nicht auf. Ne? So dein Streep-Club. Ich weiß aber, es hat letzte Runde noch nicht offen. Also es gibt ja eine bestimmte Zeit, wann die Streep-Club ist offener. Und dort hingehen mit diesem Kerl. Er liegt mich sehr arem an! Das ist bei mir echt nicht! ondehard. Der nimmt mich sehr hart ran, das bedeutet. Er findet mich gerade gegen die Scheiße und was bedeutet. Er fückt deine Frau da, Ma! Ich weiß. Ered, meine Frau sigue或者 Sie. Darauf bist du denn bei meiner Frau. Hey, ich meine void! Dann durch trainier's dir nicht die Scheiße. Diese Person faculty. Kann ich was? Hm? Mh, hey. Du konntest? Hä? Hopp-Club. Sk棒! Boah. Ich soll mich in die Küche gehen. Hey, hier. Ah, die ist ja noch nett. Das war ja nach Hauptmission. Warum hast du keine Missions mehr? Weil ich schon so oft durchgespielt habe, dass ich jetzt keinen Bock mehr habe. Nee, du hast keine Missions mehr zu machen. Ah, warum hat er denn so langsam sein Leben? Das ist scheiße! Du musst dich da auf einer SMS? Auf E-Mail? Du, du warst mit E-Mail gefehlt. Schlappert er doch? 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 Ah, das ist das Ding, ähm... Ich bin noch nicht noch... Schlappert. Ja, weil ich eben rausgegangen bin und gesagt, du hast ihn kurz rausgemacht. Okay, ich schluss jetzt mal an. Ah, nee, geht er nicht. Es ist so... Es ist so... Es ist zu spät. Ich gehe drüber, äh, meine Schindegen, und damit er ein bisschen später will. Weil, wieder jeder kann zum Vorschlägen. Außer Michael. Und Trevor. Und Tracy. Und ich. Und ich. Oh, das... Tracy ist fremd. Ich werde, soll ich mit der Haus gehen? Ich gebe dir zu dem Club. Geh mal zu Tracy, ruf sie um, guck mal, was passiert dann. Oh, das ist ein Barschen. Das ist ein Blutflick. Haha. Oh, das ist ein Blutflick. Oh, ich werde die Flücke sehen. Oh, ich werde das in die Flücke sehen. Oh, ich werde die Flücke sehen. Oh, das ist ein Blutflick. Wo ist denn das schlopft man jetzt? Ich bin echt dritt. Wo sind denn das schlopft man jetzt? Das ist mir. Das ist mir. I belong in hell. I belong in hell. I belong in hell. Ich kann nicht mehr. Komm, ich muss mal hin. Michael Pendler. Das ist aber lustig. Ich gehe mal nach unten schlafen. Wenn ich sehe, dass alles genau so gleich ist, nur in weiß, nur in metallfarbig. Oh, lustig. Mami ist es nicht mehr so. Oh, jetzt bin ich ein bisschen früher. Ah, ich bin ja pinig. Ah, Chaos. Tschau. Ich habe dich versgelenkt. Und nun ein Ar leap überwe benutzt. Um, ich heißt das war hier practice. Ja, какие là Schritte? Ich sage dir literation. Pas VP ist dasisto. Ich sage dir, nicht, wenn ich's nicht damit. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.